Der Winter war mit Wucht gekommen und hüllte die Stadt in eine Decke aus Kälte und Traurigkeit. Diego, dessen Gesicht von den Strapazen des Straßenlebens gezeichnet war, suchte vorübergehenden Schutz auf einer Parkbank. Seine Hände zitterten und sein Magen knurrte vor Hunger, aber sein Geist bewahrte noch einen Funken mit Gefühl. In diesem Moment trafen sich seine Augen mit den tränenreichen Augen einer jungen Frau namens Anna. Ihre heruntergezogenen Schultern und ihr abgemagertes Gesicht enthüllten die Last einer unerträglichen Würde. Von einer inneren Kraft bewegt, stand Diego auf und nährte sich ihr. Entschuldigen Sie, Frau. Es scheint, als würden Sie eine schwierige Zeit durchmachen. Gibt es etwas, womit ich Ihnen helfen kann, fragte Diego mit sanfter Stimme und versuchte, seine eigene Verzweiflung zu verbergen. Anna war zuerst überrascht von der unerwarteten Geste eines Fremden, konnte jedoch nicht anders, als weitere Tränen zu vergießen, während sie ihre Geschichte erzählte. Sie sprach von ihrem Kampf, Arbeit zu finden, von unbezahlten Rechnungen und ihrem kleinen Sohn, der seit Tagen nicht ausreichend zu essen bekommen hatte. Digos Herz füllte sich mit Mitgefühl, als er von Annas Angst hörte. In seinem Kopf entbrannte ein innerer Kampf zwischen seinem Überlebenswillen und seinem Drang zu helfen. Obwohl er nur noch einen letzten Dollar in der Tasche hatte, richtete sich sein Denken auf das verzweifelte Gesicht des Kindes, das nicht genug zu essen hatte. Frau, ich verstehe, dass dies eine schwierige Zeit für Sie ist, begann Diego, seine Stimme voller Wärme. Ich habe nicht viel, aber wenn dies helfen kann, bitte nehmen Sie es. Mit bescheidener Geste streckte Diego seine Hand mit dem letzten Dollar aus, den er besaß. Anna war für einen Moment sprachlos, ihre Augen fixierten den zerknitterten Geldschein. Die Tränen verstärkten sich auf ihren Wangen, aber diesmal waren es Tränen der Dankbarkeit und Hoffnung. Würdest du das wirklich tun? Würdest du mir helfen, trotz deiner eigenen Situation, fragte Anna mit stockender Stimme. Diego nickte sanft, ein schwaches Lächeln zeigte sich auf seinem vom Straßenleben gezeichneten Gesicht. Wir alle durchleben Schwierigkeiten, aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht gegenseitig helfen können. Bitte nimm es. Ich hoffe, es kann dir etwas Erleichterung bringen. Bewegt von Digos selbstloser Großzügigkeit nahm Anna den Geldschein mit zitternden Händen an. Ihre Augen trafen sich, ein Funke von Dankbarkeit und Entschlossenheit leuchtete darin auf. Danke aus tiefstem Herzen. Ich werde diese Geste nie vergessen. Ich werde mein Bestes tun, um diese Situation zu überwinden, und wenn ich es geschafft habe, hoffe ich, jemandem auf die gleiche Weise helfen zu können, wie du mir geholfen hast, sagte Anna mit bewegter Stimme. Ein Moment der Stille legte sich über sie, erfüllt von Bedeutung und stillen Versprechen. In diesem Augenblick wussten Diego und Anna, dass ihre Begegnung kein Zufall war, sondern eine Gelegenheit zum Wandel und zur Erlösung inmitten der Widrigkeiten. Die Zeit, unerbittlich, hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in den Leben von Diego und Anna. Während Diego weiterhin den harten Realitäten der Straße gegenüberstand, schien das Leben gegen ihn zu sein. Der Hunger verschärfte sich, die Kälte wurde noch gnadenloser, und jeder Tag schien ein Schritt näher zum Abgrund der Verzweiflung zu sein. Trotz seines tapferen Kampfes schien das Schicksal gegen ihn zu sein, als wäre er zu einem hoffnungslosen Dasein verurteilt. Auf der anderen Seite hatte Anna es geschafft, eine stabile Arbeit zu finden und ihre Familie aus den Klauen der Armut zu befreien. Das Leben lächelte ihr wieder zu, aber in ihrem Herzen schlug eine ständige Angst. Sie erinnerte sich lebhaft an Digos abgenutztes Gesicht, als er ihr jenen letzten Dollar gab. Die Last der Dankbarkeit und der Wunsch, etwas zurückzugeben, wurden immer stärker in ihr. Obwohl die Zeit vergangen war, verfolgte sie jenes Treffen im Park weiterhin und erinnerte sie daran, dass das Leben nicht immer gerecht ist und manche in der Dunkelheit gefangen bleiben. Diego befand sich im Abgrund der Verzweiflung, fühlte sich von der Welt verlassen und vergessen. Jede Nacht, während er einen dunklen Winkel zum Ausruhen suchte, kehrte sein Geist immer wieder zur Erinnerung an jenes Treffen mit Anna zurück. Tränen vermischten sich mit dem Regen auf seinem abgemagerten Gesicht, während er sich fragte, ob er jemals wieder die Wärme einer selbstlosen Geste und die begleitende Hoffnung spüren würde. Im Laufe der Jahre hatte sich die Erinnerung an jene verzweifelte Begegnung zu einer Qual verwandelt. Das Leben hatte ihre Wege getrennt und Diego und Anna als verlorene Schatten in einer grausamen Welt zurückgelassen. Aber die Verbindung, die sie in diesem flüchtigen Augenblick gespürt hatten, hielt sich an ihren Seelen fest wie ein zerbrechlicher, aber unzerbrechlicher Faden. Das Schicksal war in seiner launischen Natur bereit, seinen tragischsten Zug zu offenbaren. Während Diego darum kämpfte, die kälteste Nacht seines Lebens zu überleben, war eine unerwartete Wendung der Ereignisse im Begriff, eine Kette von Ereignissen in Gang zu setzen, die ihre Leben für immer verändern würden. Tragödie und Schicksal verschmolzen in einem Finale, das Diego und Anna dazu bringen würde, ihre inneren Dämonen zu konfrontieren und die wahre Kraft der Freundlichkeit inmitten der Widrigkeiten zu entdecken. Diego, mit seinem müden, aber entschlossenen Gesichtsausdruck, ging durch die Straßen der Stadt auf der Suche nach etwas Erleichterung für seine erschöpfte Seele. Während er voranging, erblickte er in der Ferne eine vertraute Gestalt. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, als er Anna erkannte, die Frau, der er vor Jahren geholfen hatte. Dicos Herz begann schneller zu schlagen, und ein Wirbelwind von Emotionen erfüllte sein Inneres. Er konnte kaum glauben, was seine Augen sahen, als ob das Schicksal ihnen einen zweiten Akt in diesem tragischen Spiel des Lebens gewährt hätte. Zögernd näherte er sich Anna und fragte sich, ob sie ihn nach all den Jahren wiedererkennen würde. Anna, mit geröteten Augen und stockender Stimme, sah ihn ungläubig an. Ihre zitternden Lippen versuchten Worte zu formeln, aber es kamen nur unverständliche Laute heraus. Dann, mit einem Kloss im Hals, stürzte sich Anna auf Diego und umarmte ihn fest, als könnte sie es nicht ertragen, ihn erneut gehen zu lassen. Diego, bist du wirklich du? Ich kann nicht glauben, dass wir uns wieder getroffen haben, flüsterte Anna zwischen Schluchzerren. Diego, von der Wiedervereinigung bewegt und überwältigt, umarmte Anna und spürte die Wärme ihrer Umarmung und die Wahrhaftigkeit dieses Moments. Tränen liefen über ihre Wangen und mischten sich mit denen von Anna, und beide klammerten sich aneinander, als würden sie den letzten Funken Hoffnung in einer dunklen und gnadenlosen Welt festhalten. Nach einer Weile lösten sie sich leicht voneinander und ließen ihre Blicke sich treffen. Die Augen von Diego waren voller Dankbarkeit und Überraschung, während die von Anna mit neuer Leuchtkraft strahlten. Diego, ich habe nie vergessen, was du für mich und meinen Sohn getan hast. Deine Großzügigkeit hat unser Leben verändert. Dank dir haben wir einen Ausweg aus der Armut gefunden und konnten eine bessere Zukunft aufbauen, flüsterte Anna mit zittriger Stimme. Diego, demütig und mit von Emotionen erstickter Stimme, antwortete, Anna, ich kann nicht in Worte fassen, wie glücklich ich bin, dich diese schwierigen Zeiten überwinden zu sehen. Deine Dankbarkeit ist mehr, als ich verdient habe. Ich bin dankbar, ein Teil deiner Geschichte gewesen zu sein. In diesem Augenblick schien die Zeit still zu stehen. Die beiden befanden sich mitten im Wirbel des Lebens, aber in diesem kurzen Moment existierten nur sie und die Verbindung, die das Schicksal zwischen ihren Herzen geknüpft hatte. Ein Jahrzehnt der Trennung löste sich auf vor der Stärke ihrer Verbindung und die Kraft der Güte und Dankbarkeit erfüllte die Luft um sie herum. Die unerwartete Wiedervereinigung von Diego und Anna war mehr als ein zufälliges Treffen, es war ein Beweis dafür, dass Akte der Liebe und des Mitgefühls die Zeit überdauern können und unauslöschliche Spuren im menschlichen Herzen hinterlassen. Nun, wiedervereint, bereiteten sie sich darauf vor, die Zukunft mit erneuter Stärke und der Gewissheit anzugehen, dass das Schicksal ihre Leben aus einem Grund zusammengeführt hatte, der noch zu entdecken war. Anna, mit unerschütterlichem Entschluss, setzte sich das Ziel, die Gussleben zu verändern, so wie er ihres verändert hatte. Getrieben von einer tiefen Dankbarkeit nutzte sie alle ihre Kontakte und Ressourcen, um ihm eine stabile Arbeit und einen Ort zum Leben zu besorgen. Jeden Tag arbeitete sie unermüdlich daran, Türen zu öffnen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die Diego den Weg zu einem besseren Leben versperrten. Diego, mit erstaunten Augen und erneuerter Hoffnung, stürzte sich voll und ganz in diese neue Chance. Er konnte nicht glauben, dass er nach so vielen Jahren des Kampfes und der Hoffnungslosigkeit endlich einen Weg zur Stabilität fand. Jeden Tag stand er mit einem erneuerten Zweck auf und war entschlossen, diese zweite Chance, die Anna ihm gegeben hatte, bestmöglich zu nutzen. Mit der Unterstützung und Führung von Anna lernte Diego neue Fähigkeiten und bemühte sich, sich in seiner Arbeit zu verbessern. Sein Engagement und seine Hingabe wurden bemerkt, und nach und nach begann er in seinem Bereich herauszuragen. Die Samen seiner Veränderung waren gepflanzt worden und blühten auf unvorstellbare Weise. Mit der Zeit wurden Diego und Anna ein untrennbares Team. Ihre Freundschaft wuchs über die Bande der Dankbarkeit hinaus und sie teilten Momente des Lachens, der Tränen und der gegenseitigen Unterstützung. Gemeinsam fanden sie Stärke in jedem überwundenen Hindernis und feierten jeden kleinen Erfolg auf dem Weg zu einem besseren Leben. Der Tag, an dem Diego endlich die Armutsgrenze überwand, war ein Moment unbeschreiblicher Freude und Aufregung. Auf seinem Gesicht konnte man eine Mischung aus Stolz, Dankbarkeit und Demut sehen. Er hatte die Widrigkeiten überwunden, aber er würde nie vergessen, woher er kam und die helfenden Hände, die ihm geholfen hatten, dorthin zu gelangen. Die Geschichte von Diego und Anna wurde zu einem kraftvollen Zeugnis dafür, wie eine kleine freundliche Tat einen dauerhaften Einfluss auf das Leben eines Menschen haben kann. Sie zeigten, dass trotz schwieriger Umstände und getrennter Wege das Schicksal Menschen auf erstaunliche Weise zusammenführen kann. Ihre Geschichte diente vielen als Inspiration und erinnerte sie daran, dass die Kraft des Mitgefühls und der Unterstützung bedeutende Veränderungen im Leben derjenigen auslösen kann, die es am dringendsten brauchen. Mit einem neuen Anfang in ihren Händen waren Diego und Anna bereit, eine Zukunft voller Versprechen und Möglichkeiten anzugehen. Mit einem Herzen voller Dankbarkeit und Hoffnung schafften es Diego und Anna, die Herausforderungen zu überwinden, die das Leben ihnen gestellt hatte. Ihre Geschichte, voller zufälliger Begegnungen, Akten der Güte und zweiter Chancen, wurde zu einem lebendigen Zeugnis für die transformative Kraft von Liebe und Mitgefühl. Durch ihre Erfahrungen haben wir gelernt, dass selbst in den dunkelsten Momenten eine einfache Geste den Lebensweg eines Menschen verändern und eine Flamme der Hoffnung in seinem Herzen entzünden kann. Welche Lektionen, glauben Sie, können wir aus der Geschichte von Diego und Anna lernen? Hat sie diese Geschichte dazu inspiriert, selbst freundliche Taten in ihrem eigenen Leben zu vollbringen? Wenn diese Geschichten Sie bewegt haben und Sie ein warmes Gefühl im Herzen haben, ermutigen wir Sie, sie zu teilen und zu mögen. Vergessen Sie auch nicht, sich zu abonnieren, um weitere bewegende Geschichten und positive Botschaften zu erhalten. Gemeinsam können wir Freundlichkeit verbreiten und eine bessere Welt aufbauen. Danke für Ihre Unterstützung und dafür, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft!